Der Romoyela, weit vorne, hat man ihn selten gesehen in der ersten Hälfte. Und Kagawa, von dem wir eine prima Flanke gesehen haben, ein gefährlicher Torschuss, Großkreuz und was für ein schönes Tor! Sensationell gemacht und da hat es angedeutet, der Robert Lewandowski, was der so alles drauf hat. Und sagenhaft, keine Chance für Markus Rickert. War das ja mal ein Auftakt für Lewandowski. Die Vorarbeit von Großkreuz und dann schulmäßig. Besser kann man es nicht machen, Robert Lewandowski. Klopp sagte, das ist für mich der spannendste Spieler der letzten 10, 15 Jahre. Warum? Der war immer torgefährlich, so sagt Trainer. Erste Liga, dritte Liga, zweite Liga, ganz egal. Der hat sich immer durchgesetzt. Der ist...